Musik Herzlich Willkommen zu einer anderen Runde TopiLive Wir haben gerade unser Ligaspiel Es ist 21.41 So Ich habe gerade schon mal geguckt Also die Ligapunkte konnte ich noch nicht einsetzen Weil wir gerade das Live-Spiel haben Jawohl Der hält jemand zu mir So wie ich das sehe hier Liga Haben wir heute gegen unseren Sevilla FC gespielt Und unsere Freunde haben leider 2-1 verloren Aber das macht gar nichts Ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren Fünfter Platz, alles in Ordnung Das ist halt wie gesagt unser Live-Spiel Schauen wir mal, was das hier wäre Nicht wundern, wenn ich nebenbei ein bisschen wenig rede Weil ich gucke das Bayern-Spiel Weil ich spiele nämlich gerade Bayern gegen Leverkusen DFB-Pokalfinale Äh, Finale, ja Viertelfinale Aber mich wundert so ein bisschen So Das Team vom Gegner Von 1 bis 6 Sternen Ist ja alles dabei Das ist ja Also ein 1 Sterne Torwart Ist schon mal gut für mich Nur so ein 5 Sterne Stürmer Das ist schon wiederum was anderes Das finde ich nicht gut So, ja, ich wollte nebenbei hier nochmal ein bisschen Auf den Transfermarkt gucken Vielleicht kann ich hier nochmal jemanden gucken Äh, ob ich jemanden kriegen kann Hier zum Beispiel ist ja jetzt einmal drauf geboten Spielten wir mal mit Ja, wir haben jetzt unser Spiel Und spielen wir morgen Um 11 Uhr und um 15 Uhr Alles klar Liga-Spiel gegen einen stärkeren Gegner Ah, das wird schwierig werden Und Oh, das hier sieht besser aus In der Champions League Jo, jetzt komm Jungs, Konter Den macht der rein Hopp Oh, komm schon Komm schon, gib mir Elfmeter Komm schon Nein, der hat sich verletzt Komm, gib mir Elfmeter Falsch los Oh, Mann Ich hab so viele Verletzte momentan Das ist schrecklich Komm schon Ja, ich hab sie nicht Passать Ja, ihr wisst Ja, ihr wisst Okay about Ja, dein Das ist schrecklich ATE そ Okay achieving Eu Ich hab sie Das ist schrecklich sehr gut den angrafen abgewährt aber wir nicht vergessen hier unser gegner ist team level 4 jetzt 1 höher als hier können wir das jetzt besser als jetzt macht die lewandowski ein tor von bayern und es zählt nicht ein offensivfoul ja ok ja der hatte ein bisschen weggeschubst da kann man drüber streiten ja schon wieder gelbe karte was ist denn da los jungs darf ich mal ein bisschen offensiv über die flügel spielen die flügel spielen ja wohl ein ball junge ja wohl in ball junge ja 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 jawoll schöne wieder abgewährt so will ich das sehen aber jetzt macht man bisschen was offensiv das gibt's doch so nicht oh oh dawn was? hab ich gewonnen? gewonnen oder das steht ich habe gewonnen Prodor Operator Oh, meine Mannschaft macht ein super Spiel hier. Nein, so was macht man nicht, das war ein Faul, Junge. Nein, hört sich wohl auf? Jawoll. Oh, hört sich wohl zu mir, oder? Nein. Na. Das find ich so aber nicht gut. Nein, da hält die einfach seine Mannschaft, was soll das denn? Ja, der auch noch. Nein. Nein. So, genau. Kann Ball aufhalten. Erfolg 2-1 gewonnen. Sehr gut. Soll ich doch mal einen neuen Spieler, oder? Oh, ja. Nein. Ich kann ja immer schicken. Weil. Ich setze noch schnell die Trägungspunkte ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020